Es ist ein einzigartiger Blick in das Leben der Familie Jackson. Prince, Michael Jacksons ältester Sohn, zeigte diese Bilder im Prozess gegen den Konzertveranstalter seines Vaters. Seine Aussage vor Gericht am Mittwoch begann mit diesen Home-Videos. Darin sind zum Beispiel Prince und seine Schwester als Kleinkinder zu sehen. Und wie der King of Pop seine Kinder am Weihnachtsmorgen etwas fragt. Blakey, Blakey, was bedeutet Christmas? Jacksons drei Kinder verklagen seinen ehemaligen Konzertveranstalter auf Schadenersatz. Der soll nämlich Jacksons Arzt Conrad Murray aus Profitsucht unter Druck gesetzt haben und dabei die Gesundheit des Sängers aufs Spiel gesetzt haben. Nachdem der heute 16-jährige Prince die Videos gezeigt hatte, gab er an, bei den Wiederbelebungsversuchen seines Vaters dabei gewesen zu sein. Michael Jackson starb 2009 an der Überdosis eines Medikaments, das ihm sein Arzt gegeben hatte. Der Prozess wird vermutlich noch mehrere Wochen andauern. Der Prozess wird vermutlich noch nicht so erscheinen, aber vonKenntwerden genetisch. Vielen Dank.